Metal Leute, Doppel-Metal und ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem kleinen rumpeligen Frage-Antwort-Kanal. Wie angekündigt, wie abgesprochen, wie versprochen, hier eine weitere Folge FragRox. Ich habe über die letzten Wochen, Monate, wie auch immer, seit dem letzten FragRox, mir immer wieder in meine Google-Notizen geschrieben, wenn mir Fragen gestellt wurden, wenn ich es gesehen habe. Falls ich den ein oder anderen hier vergessen haben sollte, dann tut es mir leid. Dann schreibt mir eure Frage nochmal. Ich versuche es mir diesmal abzuspeichern. Soll ich gleich loslegen? Nö. Ich würde euch erstmal bitten, quasi auch wenn heute Sonntag ist, kommt rein, nehmt euch eine Banane, einen schönen Kaffee, einen Kaffee hier quasi, wir können uns auch auf den Balkon setzen, so ein bisschen. Und, weil Wetter ist schön. Ich mache mal hier Datumwetter-Uhrzeit. Heute ist der 17.03. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es 9 Uhr und 10 Minuten. Im schönen Stradibu ist eine Windstrecke von 4 und tatsächlich 4 Grad. Soll aber noch ein bisschen sonnig werden heute. Geht aber auf 1 Grad runter. Ich habe keinen Bock, dass hier wieder Schnee ist. Gar keine Böcke drauf. Ansonsten lasst uns zusammen einen rauchen. Und, äh, ja, ich versuche euch hier, weiß ich, 3, 4, 5 Minuten ein bisschen zuzuladern. Ähm, fangen wir gleich mal an. Hier, Frage 1. Frag Rox, hast du einen Lieblingsfilm? Oh, schwierig. Ich mag natürlich die Harry Potter und die Heer der Ringe Filme sehr gerne. Lieblingsfilm, ich würde sagen, von Jim Carrey. Ich beide und sie. Hat aber wirklich irgendwie einen Hintergrund. Und, äh, kommt durch einen Kumpel, weil ich diesen Film sehr, sehr häufig gesehen habe. Ähm, Frag Rox, auf welche Staffel würdest du dich noch freuen? Und welche war deine Lieblingsstaffel? Bei Rainer? Oder doch Serienfinale? Fragezeichen? Ne, Serienfinale noch nicht, glaube ich. Meine Lieblingsstaffel, würde ich sagen, war schon die Indianerstaffel. Und, auf welche Staffel würde ich mich noch freuen? Auf die Transstaffel. Die Transstaffel hätte ich echt noch Bock drauf. Ähm, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Aber magst du uns vielleicht ein bisschen mehr zu deinen Tattoos und deiner Vergangenheit erzählen? Zu den Jugendsünden ETC? Ich würde das gerne einordnen können. Ja, in meiner Jugend, äh, war ich, äh, quasi in der rechten Szene und, ähm, hab dementsprechend auch noch ein paar Tattoos. Einige davon sind, äh, übertätowiert. Andere sind einfach nicht übertätowierbar, weil die einfach zu groß sind. Dementsprechend trage ich ja auch immer lange Hosen zum Beispiel. Ähm, ja, ich sag mal, im Laufe der Zeit, ich mein, ich hab angefangen, mich zu tätowieren, das ist jetzt 23 Jahre her. Ähm, da hab ich, äh, natürlich hier mit selbstgebauten Maschinen und so, ne, haben wir uns hier irgendwie gegenseitig tätowiert. Ja, dementsprechend ist es, äh, ist alles irgendwie gewachsen, ne? Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass manche Sachen irgendwie auf meiner Haut sind, weil es irgendwie auch Teil meiner Vergangenheit ist. Ähm, wie gesagt, manche Sachen sind aber übertätowiert. Manche Sachen sind jetzt auch nicht mehr so schön, ne? Aber, äh, ja. Was meine Tattoos angeht, äh, bin ich schon relativ voll, sag ich mal, ne? Viel Platz ist da nicht mehr. Und die Stellen, die frei sind, sind echt nur noch Arschlochstellen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich aber das ein oder andere Tattoo bereut, was quasi, ähm, den Weg auf meinen Körper gefunden hat. Aber kann es heute nicht mehr ändern. Ist halt so gewesen, ne? Ähm, bist du Fan von Silvesterknallerei? Guck mal, wie lange diese Frage schon her ist, ne? Bist du, äh, äh, Fan von Silvesterknallerei? Im Klamen Feuerwehr. Kein Snooze nur. Ähm, oder wie, äh, oder eher weniger. Eher weniger. Ähm, ne, von Silvesterknallerei? Ja, guck ich mir gerne an. Ich guck mir generell gerne Feuerwerk an. Äh, ich selber bin aber einfach zu geizig dafür. Bin zu geizig dafür, irgendwie selber da was zu kaufen und irgendwie das, äh, dann mein Geld da in die Luft zu sprengen. Ansonsten großer Freund von Snooze nur bin ich, ne? Ähm, frag Gaming Rocks. Team Ravenclaw? Was? Nein, nicht Team Ravenclaw. Ähm, wann kommt die Hogwarts Legacy Stream? Oder Baldur's, äh, Thor 3? Würde ich feiern. Äh, Hogwarts Legacy habe ich tatsächlich hier mit Karamir zusammen gespielt. Also für uns privat. Und, äh, natürlich, äh, Team Schlüsselin, ne? Aber, ne, ich weiß, also ich habe auch schon Let's Plays gemacht, der eine oder Gaming Streams. Der eine oder andere mag sich vielleicht daran erinnern, ne? Auf Twitch habe ich das gemacht. Ich bin aber einfach nicht gut darin. Ich bin kein guter Gamer. Und, ähm, ich bin auch nicht so gut, ähm, äh, Spiele kommentieren, glaube ich. Und deswegen möchte ich die Leute damit nicht langweilen. Und, ja, momentan zocke ich wirklich sowieso echt wenig. Nächste Frage. Wollte mal fragen, in welchem Gewerbe du, äh, zur Zeit, welchem Gewerbe du zur Zeit nachgehst? Ähm, sagt es, paar wissen das? Ja, tatsächlich, ein paar wissen das. Ich hatte ja hier damals die Tablettenfee, die sich hier bei mir umbringen wollte. Die hat geleakt, äh, als was ich arbeite. Ähm, würde auch gerne wissen, also, ich werde es natürlich nicht liegen. Körpernahe Dienstleistung und ich verkaufe Luxus. Das muss reichen, meine Damen und Herren. Äh, würde auch gerne wissen, ob du mittlerweile wieder über 75 Kilo bist. Ne. Ähm, ist schwer zu essen in so Situationen. Äh, bin ja auch drin. Metal auf und Kuss auf Nose. Ähm, ich habe mich tatsächlich heute Morgen gewogen und, äh, 72 Kilo gewogen. Da halte ich mich auch. Also, ich schwanke immer so ein Kilo hin und her. Ne. Mal, mal drunter, mal drüber. Aber also bei 72 Kilo halte ich mich momentan. Auch ohne Anstrengung so. Also, ich muss da nicht irgendwie drauf achten oder irgendwelche Kalorien zählen oder irgendwas. Ähm, ich vergesse häufig zu essen und ich vergesse auch häufig, äh, zu trinken. Tatsächlich. Deswegen meine, äh, Trinkerinnerungs-App. Man, äh, hört es ja immer mal wieder in meinen Videos so, ähm, das, äh, dieses, dieses, dieses Wassergeräusch quasi. Das ist meine Trinkerinnerungs-App, weil ich einfach sehr, sehr häufig vergesse, äh, zu trinken. Ja. Und, ähm, ja. Ähm, frag Cox. Sobald für jeden klar ist, dass das Drachengeben vorbei ist, weißt du schon, wie du dich dann, äh, fühlen wirst? Pfff, es bricht mir natürlich ein Hobby weg. Es bricht mir ein Gesprächsthema weg. Aber ich denke, im Großen und Ganzen könnte ich das hier so weitermachen und dementsprechend hätte ich gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Nö. Wie gesagt, es, es, es bricht halt ein großer Teil davon weg einfach, was das Thema angeht. Ansonsten denke ich, ist meine Community aber hart genug und, ähm, 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 quasi miteinander gewachsen, dass, äh, ich Streams, und das habe ich ja quasi, äh, schon erlebt, ähm, wo ich einfach mich hinsetze und irgendwie drei Stunden labere, ähm, habe ich trotzdem irgendwie 800 Zuschauer. Und, das, äh, ich glaube, da komme ich mit klar. Ne? Ja. Hm. Kannst du dir vorstellen, wie der Helm mit Sport anzufangen? Ah, momentan irgendwie nicht. Also jetzt, äh, erst mal lusttechnisch nicht. Ich habe keinen Bock, Sport zu machen. Ich bin halt auch eine faule Sau. Und, äh, zeittechnisch wüsste ich auch gar nicht, wie ich das unterbringen soll. Weil momentan, das ist wirklich so, wenn mein Privatleben, also, ne, also mein Arbeits- und Privatleben mich jetzt nicht komplett einnimmt, dann, äh, mache ich irgendwie was auf YouTube. Ähm, und ihr seht ja, das ist jetzt quasi nicht, nicht so häufig vorkommen momentan. Hm. Sport. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe Kraft Mager gemacht. Ähm, aber das ist halt aufgrund meiner Knieverletzung dann halt nicht mehr möglich gewesen. Momentan kann ich auch nicht sagen, okay, diese Sportart interessiert mich jetzt. Auch jetzt nicht irgendwie Cardio oder sowas. Ähm, oder, oder irgendwie, äh, Kraftsport. Nö. Ich habe irgendwie da keinen Bock drauf. Momentan. Ähm, mal angenommen, du triffst eine heiße Mulle. Habe ich schon. Ähm, die aber zwei Tattoos ausschließlich am Hals und auf den Armen hat. Äh, was machst du? Äh, also Hals und Hand, wahrscheinlich, ne? Äh, was mache ich? Ich lege die hierhin und trinke die erst mal zu Ende, ne? Ähm, ansonsten, ja, nee, es ist, äh, es ist so Supposer-Kram, ne? Ähm, frag Cox, wie viele Zigaretten rauchst du am Tag? Wann hast du damit angefangen? Durchgehend, passioniert, dabei? Oder auch mal versucht, davon wegzukommen? Ne, ich habe tatsächlich nicht versucht, äh, mit dem Rauchen auch zu hören. Ich habe angefangen mit 13 oder 14. Ne? Also jetzt nicht richtig geraucht, sondern so, oh, ich rauche mal eine Zigarette. Hm. Wie das da mal so war, ne? Ich kann jedem raten, nicht mit dem Rauchen einzufangen, aber aufhören möchte ich auch nicht. Alleine, wenn ich irgendwo sitze, ne? Ja, ich sitze hier bei uns, quasi im Sommer am Hafen, mit einem Glas Wein in der Hand, da fehlt mir, also da möchte ich schon eine Zigarette haben. Ich glaube, das würde mir fehlen. Ja? Jetzt sagen wahrscheinlich viele, die jetzt aufgehört haben zu rauchen, so von wegen so, nein, das fehlt dir gar nicht, das ist total, äh, das ist total toll. Das mag alles sein, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich kann mir das irgendwie einigermaßen leisten zu rauchen, ich rauche auch gerne. Und meine Güte, ich habe sowieso die Kerze von allen Seiten angezündet, ne? Also ich meine, äh, wenn ich jetzt daran hopsgehe, ist auch okay, ne? Habe ich mir wenigstens selber angeraucht. Ähm, wie schmerzhaft war das Vergrößern deiner Tunnel? Ähm, ich habe das damals gemacht, auch, wie gesagt, als Jugendlicher noch, da war ich in meinem Dorf noch so der Freak, da gab's, äh, also war das noch nicht so, nicht so gang und gäbe, dass irgendwie jedes 14-jährige Mädchen irgendwie Tunnel drin hat. Ähm, ach, wie schmerzhaft war das? Ich habe das relativ schnell gemacht, sag ich mal, so bis auf 1 cm, dann halt, also ich sag mal so, Ohren dehnen ist jetzt nicht so schmerzhaft. Ähm, zum Beispiel meine Brustwarzen sind auch gedehnt auf 4 mm. Das ist schon echt viel, viel schmerzhafter und, äh, mein Septum ist ja zum Beispiel auch gedehnt. Ähm, kannst du alles nicht vergleichen mit Ohren. Ohren ist da wirklich sehr unempfindlich, ne? Hallo Rock, schön, dass du da bist. Danke für deine Arbeit. Ach, gerne. So. Ähm, meine Frage. Du rauchst in deinen Streams. Hast du keine Angst, äh, dass das zum Strike führen kann? Ich persönlich bin Nichtraucher, aber du bist ja alt genug. Aber wegen sowas einen Strike riskieren, finde ich ungut. Ähm, auf YouTube tatsächlich nicht. Auf YouTube macht mich das, äh, äh, werbeunfreundlich. Also, ich bin auch so werbeunfreundlich, aber, ähm, wenn YouTube Zigaretten sieht, ist es meistens werbeunfreundlich. Auf, ähm, Tickety-Tockety zum Beispiel, kriegst du dafür einen Strike. Auf YouTube aber nicht. Ähm, äh, Doppelmedal. Aus welchem Material sind deine Tunnel? Würdest du sagen, die aus Silikon sind gut. Meine Tunnel, die ich momentan trage, sind aus Titan. Wie ist das Titan? Ja, ich glaub, die sind aus Titan. Ähm, Silikon-Tunnel. Silikon-Tunnel angenehm im Winter zu tragen, weil die halt nicht so durchkühlen. Aber erst mal mag ich den Look des Ganzen nicht. Also, ich find halt so, ähm, Tunnel aus Titan oder Chirurgiestahl sehen einfach mehr Oldschool aus. Und ich mag das. Ähm, und, äh, Tunnel aus Titan sehen immer irgendwie assi aus, finde ich. Und natürlich ist das Ganze dann auch luftdicht abgeschlossen, so, ne. Das ist jetzt auch, ist eher nicht so gesund, ne. Bedarf denn auch trotzdem viel Pflege. Aber dafür kannst du halt auch besser drauf schlafen, ne, weil die sind dann halt beweglich und so. Naja. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund von, äh, von Silikon-Tunneln. Nur mal, wenn irgendwie, also für die Leute, die jetzt auch irgendwie große Tunnel tragen, es kommt immer mal wieder vor, dass das Wetter sich ändert und, ähm, die Tunnel dann quasi belastet sind. Dann trage ich über Nacht mal einen Silikon-Tunnel, weil es einfach entspannter für mein Rohr ist. Aber ansonsten eher nicht. Hm. Frag Rox, bist du eigentlich das höchste Wesen in schönem Stradibu? Ne, tatsächlich nicht. Ich kenne ein Wesen, das ich für mehr Wert halte als mich. Was auch im schönen Stradibu wohnt. Hm. Hm. Was ist langweiliger? Reiniers Let's Plays oder seine Grill-Streams, äh, zu Zeiten von Corona? Ich würde sagen, seine Let's Plays sind langweiliger. Weil, bei seinen Grill-Streams, ähm, ist ja ab und zu nochmal hier und da was passiert und man konnte sich noch über irgendwas aufregen. Seine Gaming-Streams sind wirklich so grottig langweilig, ne. Ich hab ja gerade hier, äh, das hier, wie heißt denn das hier? YouTubers Live 2 kommentiert. Hoxau, wie sieht deine Traumfrau aus? Ähm. Ihr habt ja Sarah gesehen. Das ist so ungefähr meine Traumfrau. Hm. Und an Stelle 2 steht, äh, Morticia Adams quasi aus den 60ern. Ähm. Reinis Wasserbeine, könntest du mal bitte deine Meinung sagen, was der Bewährungshelfer von all den Dingen, die jetzt so passieren sind, denkt Dankeschön und viel Liebe für deine Arbeit. Also, was, äh, was, was könnte der Bewährungshelfer quasi von dem Scheiß halten, der so passiert? Um reine Heirum. Ich glaub, der schlägt die Hände beim Kopf zusammen. Und ich glaube, wenn der hört, was so für, ähm, Beschuldigungen im Raum stehen, dann ist der auch echt nicht amused, hm. Hm. Wann lernst du endlich mal den Doppel-Winzer-Knot? Ey, ich hab das gerade, tatsächlich, ne. Ich meine, diese Frage ist schon lange, lange da. Und ich hab das gerade gestern versucht. Sarah hatte mir so ein Bild geschickt mit so einer Anleitung. Ähm. Ich hab ja gestern hier einen blauen Schlips getragen. Der eine oder andere mag sich erinnern. Ähm. Und ich hab versucht, den so zu binden. Ich hab mich fast erhängt dabei. Ne. Ich kann, ich kann original, kann ich ein, hier Krawatten, Schlipsknoten, ne. Und da bin ich auch immer ein bisschen verirgert, weil ich bin der Typ, ich mach die Krawatte so auf, ne. Und ich zieh die so über den Kopf und verhoffe, dass ich das nächste Mal einfach nur wieder festziehen muss. Wenn ich die neu binden muss, bin ich auch immer ein bisschen verirgert darüber. Und wie gesagt, ich hab schon anderen Knoten versucht, krieg ich nicht hin. Nicht mal mit Anleitung. Nicht mal Bild-für-Bild-Anleitung. Ich bin ich totaler Versager drin. Aber hey, hast ja manchmal, ne. Ähm. Frag Krox. Musst du fürs Doppelmetall Lizenzgebühren an Udi abdrücken? Ne. Tatsächlich nicht. Aber er benutzt ja auch meine Begrüßung. Und ich sag mal, wir haben da so ein Gentleman's Agreement, ne. Der eine darf das, der andere darf das vom anderen benutzen. Hängt Matusha da hinter dir ein bisschen schief? Hashtag Triggered. Ähm. Die meinst du hier, ne? Ähm. Die hängt quasi tatsächlich jetzt schief. Wenn ich sie gerade hinhänge, dann sieht's für euch in der Kamera schief aus. Wahrscheinlich hab ich das Regal mal schief angebaut hier. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch nicht so der Handwerker, ne. Ähm. Frag Krox. Wie viele Piercing? Also, Piercing und Tattoo-Fragen sind tatsächlich irgendwie sehr viel dabei gewesen. Frag Krox. Wie viele Piercings hast du? Hattest du jemals Probleme mit Entzündungen? Geheimtipps dagegen? Ähm. Frag für den Kumpel aus Denken. Also, ähm. Wie viele Piercings hab ich? Irgendwas zwischen 25 und 30, glaub ich. Äh. Ist mal mehr, mal weniger. Also, ich stech mir ja häufig Sachen neu und, äh. Oder gelegentlich Sachen neu und, äh. Manchmal nehm ich auch Sachen wieder raus und so, ne. Ähm. Hattest du Probleme mit Entzündungen? Nö. Also, Probleme mit Entzündungen hab ich irgendwie nie großartig gehabt. Ich hab mir schon ein Brustwarzen-Piercing rausgerissen. Ähm. Ich hatte ein Nippel-Piercing, was quasi rausgewachsen ist, weil es irgendwie eine Verletzung hatte und dann sich nicht mehr beruhigt hat. Das ist jetzt aber mittlerweile aber auch wieder nachgestochen. Ähm. Und ansonsten hab ich mir, äh, tatsächlich sehr viele Intim-Piercings rausgerissen. Ähm. Ich bin halt einfach zu doll, ne. Ähm. Dementsprechend, äh, trage ich quasi bei allem, was unter dem, unter meinem Kopf ist, nur noch irgendwie drei oder vier Millimeter Schmuck. Also, vom Durchmesser her. Das heißt, da ist alles etwas, äh, dicker, ne. Mit großen Kugeln drauf. Ähm. Aber Probleme mit, ähm, Entzündungen hab ich so im Großen und Ganzen noch nie gehabt. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit haben wir alle Fragen durch, die mir so geschickt wurden, beziehungsweise die ich mir so quasi, äh, rausgekopiert hatte. Ich hoffe, es hat für euch gereicht, um mit mir heute hier eine Banane zu essen und, äh, einen Kaffee zu trinken. Und hier so eine halbe Zigarette zu rauchen. An dieser Stelle, äh, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Genso, ne. Alles schmeckt klasse aus der Genso-Tasse. Ähm. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen, einen wunderwunderschönen Sonntag. Bleibt Vorsichtätin. VorSome.